Entlang der Außenhöhle folgt er seinem eigenen Pfad, frei von allem. Die Zahl der Gruppen, zu denen er nicht gehört, steigt stetig mit jedem Jahr. Unsichtbar winden sich die Kategorien um die geladenen Mitglieder, während er von außerhalb des Bannkreises auf die Geschehnisse blickt. Das endlose Rudel ist vollzählig ohne ihn und immer dafür jene vom selben Blut, welche gelassen bleiben, denn ihre Zugehörigkeit ist wohlfeil und effektiv. Sie alle sind vom selben Schlag und werden den Mond nicht mit ihm teilen, denn seitdem seine Sippe über die Klippe ging, ist dieser Wolf überall heimisch. Untertitelung des ZDF, 2020